Moin Leute, Jonny hier, willkommen zurück zu einer weiteren Serie, heute auch mal mit Facecam, wir sehen könnt. Wie? Hallo. Auf jeden Fall. Wir machen eine neue 1v1 Serie, wir spielen verschiedene Spiele, bei denen wir 1v1 machen. Wir fangen mit Minecraft an, mit einfach normalem 1v1 PvP. Richtig innovativ natürlich, weil wir die innovativsten Leute der Erde sind. Auf jeden Fall, jeder der die Challenge verliert jedes Mal, muss eine Real-Life-Bestrafung machen. Die Bestrafung sucht jeweils derjenige aus, der das Spiel nicht ausgesucht hat. Haust du dich da oben ein? Was? Ich brauche mich doch nicht ein. Du Lappen. Auf jeden Fall, Rix hat das Spiel in Minecraft ausgesucht, deswegen dürfte ich die Bestrafung aussuchen. Die meisten von euch kennen es vermutlich sowieso. Damals gab es so ein scheiß Cinnamon Challenge, wirst du ja großen Löffel Zimt nehmen, in den Mund stecken und dann erstmal sterben. Ähm, das darf auf jeden Fall der Verlierer machen. Wir machen ein Best of Five vermutlich. Mal gucken, wie lange wir Bock haben. Best of Five. Das heißt, der Erste, der drei Runden gewinnt, hat gewonnen. Ja, komm mal. Ihr bleibt da unten. Wann geht's los? Drei? Zwei? Hey, 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 go! Ja! Als ob, wie unfair! Du Arschloch! Nein! Du! Hättest du auch machen können. Hau ab, man, du! Das machst du nicht! Das machst du nicht! Das kannst du vergessen! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Easy! Fuck! Komm her! Komm her! Fuck! 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 Verpiss ich! Verpiss ich! Verpiss ich! Verpiss ich! Verpiss ich! Oh! Er muss schon wieder einen Garten in den Apfel essen! Der kleine Lappen! Komm her! Ja, hier dein... Das kannst du dir in den Arsch schieben, deine Lava! Nö! Das tut doch weh! Fick dich, Mann! Was soll der? Ja, als... Ah, du hast einen neuen Apfel gegessen, ne? Fuck! Wer ist der Babo? Ja, okay, halt's Maul! So, wir machen jetzt... Kannst du's hupen? Ja, natürlich! Auf jeden Fall steht 1-0 für mich! Wenn ich das jetzt gewinne, weißt du, was das heißt? Hä? Nee, warum? Es geht bis 5! Wenn ich das jetzt gewinne, weißt du, was das heißt? Dass ich noch eins gewonnen habe! Aha! Ja, toll! Jetzt nimm doch an! Linksklick! Ich... Fuck! Mann! Nein! Fuck! Easy! Fick dich! Easy! Ach, Mann! Auf jeden Fall! 2-0 für mich, würde ich sagen! Wenn ich das jetzt gewinne... Wenn ich das jetzt gewinne... Wir nehmen jetzt das Kitz hier... Ja, halt's Maul! Komm her! Linksklick! Du musst das hier nehmen! Du musst die Tasche in die Hand nehmen, sonst geht das nicht! Koei ist aber scheiße! Ach, das ist Dreckteilung! Ach, du Scheiße! Ja! Sag doch, Koei ist scheiße! Ups! Du hast schon mal direkt Langsamkeit drin! Weißt du, egal, wer das ist! Na dann! Ach, ich bin ja auch dumm! Ach, fuck! So! Mann, warum kann ich kein Enderpelle werfen? Das Cooldown! Ich hab vergessen, den Feuertrang reinzumachen! Ich auch! Nee, ich nicht! Ja, was hast du für eine Range, Alter! Fick dich, Mann! Ich bin durch die Enderpelle gestorben! Jo, Leute! Nein! Ich würde auch jedenfalls sagen, das war's mit der ersten Folge! Ey, als ob ich dich scheiße erinnere! Und wir können innerhalb von den nächsten zwei Tagen das viel von Tricks erwarten! Ich mach das jetzt hier hinten dran, ich mach das als eins! Oder als eins hier hinten dran! Ja, aber nicht mehr heute! Ach, jetzt hab ich hier wieder was gestartet, das wollte ich gar nicht! Moment, so! Tricks, ich... Ja, komm, halt small, mach deine Outmode! Ich mach dir ein Angebot! Was? Wir haben jetzt drei von vier Kids benutzt! Ja? Wir benutzen das vierte Kid noch! Hopp, hopp! Wir benutzen das vierte Kid noch! Ja? Wenn ich gewinne, dann musst du die Challenge ganz normal machen! Wenn du gewinnst, dann mach ich sie auch! Ja, machen wir! Links-Klick! Ich kann nichts verlieren, also von daher! Hey, hör auf mit deinem... Ach, das ist das Angel-Kid, ne? Scheiße! Oh, ja! Beste Kid, you best! Ich treff dich halt überhaupt nicht mit der Scheiße Angel... Ja! 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 Du musst das auch machen! Ja! Wie geil! Bist du noch da? Johnny? Hallo! Warum habe ich mich auf so eine Scheiße... Warum habe ich das gemacht? Das weiß kein Mensch! Das weiß kein Mensch, warum du das gemacht hast! Das war halt so... Alter! So geil! Halt dein Maul! Nein! Als ob! Ja, soll ich die Abmatt machen, oder willst du die Abmatt machen? Beziehungsweise, bei mir sind noch gar keine Abmatt. Jo! Komm, mach! Auf jeden Fall! Challenge-Video schneide ich gleich hier hinten dran! Ich auch! Wir sehen uns gleich bei der Challenge! Bis dann! Und ich würde sagen... An sich, wenn euch das Konzept gefällt, lasst mal ein Like und ein Abo da! Schreibt in die Kommentare, was für Spiele ihr uns vorschlagt! Nächstes Spiel ist schon ausgesucht, das heißt, das nicht, aber danach gehen wir auf jeden Fall auf eure Vorschläge an! Und schreibt doch mal ein paar Bestrafungen in die Kommentare! Die Bestrafung ist auch schon ausgesucht! Ja, die nächste... gut! Die zweite Folge ist schon alles ausgesucht, aber schreibt trotzdem mal in die Kommentare! Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video! Bis dahin! Bis gleich! Tschüss! Nächste wie auch immer! Halt's Maul! Du bist ja vielleicht dumm, ne? So, liebe Leute! Ich darf jetzt hier so ein leckeres bisschen Zimt... Das ist scharf! Zimt essen! Ich hab das Ganze hier schon auf so einem Löffel drauf! Alles, was in dieser Packung noch drin war! Nicht ohne Wasserflasche hier stehen! Sicher ist sicher! Ich mach die lieber auf! Ich hab gar keinen Bock, das zu essen! Ich hab echt gar keinen Bock! So, können wir machen das jetzt einfach ganz kurz! Ich kann das so schon nicht aufstehen! Und dann... Das ist einfach nur eklig! So! 3, 2, 1... Oh! Mh! Mh! Scheiße! Bah! Mh! Ih! Fuck! Das klumpt! Mh! 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 Baa! Gut! Dann würde ich sagen, lasst ein Like, der mir uns gefallen hat! Ihr könnt uns gerne kostenlos abonnieren! Schaut beim Jonny vorbei! Und... Schaut sein Zimt-Essen an! Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Und Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.